Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokemon Ultrasonne Randomizer, wir sind wieder hier am Start, ich hab ein bisschen trainiert, alle so auf Level 32, 33, 34 ungefähr und wir haben im letzten Part Gusma besiegt, war zwar ein bisschen schwerer als gedacht, aber nun geht es endlich weiter und wir haben, oh, Drift Zeppeli am Start, ein ziemlich cooles Pokemon aus der 4. Gen, was man nur freitags bekommen konnte, also das Drifton zumindest, ähm, war schon ziemlich cool, muss ich sagen, fand ich ziemlich nice das Pokemon, gönn dir erstmal eine Juwelienkraft, oh, Fuck, er wollte Fokussuss einsetzen, dein Ernst, äh, komm, wir gehen hier nochmal eine Juwelienkraft, oh Gott, bitte kill nicht, bitte kill nicht, bitte kill nicht, okay, okay, erkehlt nicht, das ist gut, zieht ungefähr genauso viel ab wie meine Juwelienkraft, das ist gut, bei einer Heidenarbeit, die Scheiße, ja, hoch zu trainieren, ja, gelage, Leute, war ready, der Typ, der fast nichts gekippt bekommen, wird unser schwächstes Pokemon eigentlich, muss ich sagen, weil ich das eigentlich ganz cool finde, ready, also, war schon, An sich ein cooles Pokemon, aber, äh, keine Ahnung, es ist so schwer hochzutrainieren, aber hey, was geht denn, ente Dame, wir können hier jetzt durch, weil wir haben, äh, den Tricap besiegt, meine liebes Frau, dann, wir haben Chris besiegt, deswegen, ne, wir haben den Voluum-Z oder Voluminum-Z oder was weiß ich, oder Voltium-Z, wir sind krass am Start hier, ähm, jetzt bin ich nochmal gespannt, was wird uns hier warten, ach ja, genau, genau, wir kriegen jetzt unser neues, äh, Helfer-Pokémon hier, unser, ähm, Wie heißt das nochmal, Pampo, Pampo, Pampo ist es, ne, das bekommen wir jetzt von Harpo geschenkt, weil wir so coole Boys und Girls sind, ich hab keine Ahnung, ähm, ja, danke dir auf jeden Fall für deine Unterstützung, Harpo, finde ich sehr nett von dir, dass du mir deinen Pampo schenkst, oder ein Pampo ist, ich hab keine Ahnung, Ja, wir haben halt sogar, alles klar, ähm, heute ein paar versuchen wir bis zum, neun zu, zum neuen Prüfung zu kommen, doch, das könnte auf jeden Fall möglich sein, aber haben wir es wirklichen sein, So, wir müssen aber mal gucken, hab ich hier, Pampos, ah, ich wollte es eigentlich gerade auf eine Taste setzen, H1, da müssen wir gucken, dass wir hier nicht die besten Kämpfe reinlaufen, weil die meisten Kämpfe sind uninteressant, Wir wollen ja weit kommen hier, ne, Paar, und das bringt nicht viel daher zu laufen, Da bringt es einmal runterzusteigen, also es macht echt Sinn, das auf eine Shortcut zu legen, ich hab's nur gerade verkackt, äh, Ja, hierher muss man auf jeden Fall drüber, so, die Frage ist halt nur, Hier rüber, Juckt mich nicht, Dann wär's ja doch hier oben her, scheiße, ich, dann müssen wir unten irgendwo her, aber hey, wir haben's geschafft, wir sind jetzt, keine Ahnung wo, Hey, den haben wir auch nicht ignoriert, Krass, wir sind einfach an allen Trailern vorbei, okay, den möchte ich nicht ignorieren, Gegen den möchte ich gerne kämpfen, Was geht, mein Freund? Und, what? Damn, Hala, da müssen wir sein Topf hier, Taylor, Taylor, Swift, mit Rihorn, okay, Da haben wir ja gerade nichts gegen, ne, mit unserem Ready, Was wechseln wir denn da am besten? Auf Loris oder auf Zero, ich geh jetzt? Ich schätze mal auf Loris, Oh, ich lieb diese Mucke, ey, die ist so gut, Okay, Kopfstoß, Ja, du wirst es wissen, mein Freund, ne, du wirst es wissen, Oh, der, du machst sehr viel damage, aber, Dafür kriegst du auch wirklich Schaden, okay, Wir sind schneller als Rihorn, das ist mir klar, Deswegen, Von Tränen und du bist weg, mein Freund, Nicht, Wirklich, Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst, Alter? Warum ist, Ich hinterfrag das nicht, Ich hinterfrag das einfach nicht, ja? Können ihr ein Eis sperren, mein Freund? Weg ist Rihorn, Nice, Ähm, ja, Ne, ich hinterfrag das einfach nicht, Warum er jetzt gerade nicht gestorben ist, So, Äh, was noch das nächste ist, Kikugi, Bleib ich drin, Bleib ich drin, Mit meinem, Eis schon, Ich ziehe das mehr, Aber als ohne, Ich weiß, Müssen wir einmal nachschauen, Ich habe gerade keinen Plan, Aber, ey, Es geht sofort, Das reicht auf jeden Fall, Das ist gut, Nur, Ich habe keine Ahnung, Welche von den, Drei Attacken, Also, Eis sperren, Das glaube ich, Die schwächste von allen, Aber welche von den anderen, Am stärksten ist, Da habe ich keine Ahnung von, Ey, Wir sind hier oben gelandet, Was? Das ist sogar relativ falsch, Äh, Da wollte ich gar nicht hin, Genau, Wir müssen nämlich hier unten her, LOL, Ich habe mich gerade schon gewundert, Eigentlich kann ich mich da nicht an einem Trainer erinnern, Der da vorne noch rumsteht, Deswegen, Ihr kommt nämlich direkt Route 13, A.K.A., Die neue Stadt hier, Und, Jo, Was geht, Tali, Du Chef der Team Skullbande, Tali ist echt krass, Erstmal war er nur ein Mitglied bei diesem Skull, Dann war er auf einmal der Chef, Das ist auch sehr krass, Und das ist klar, Jo, Was geht, Will er wieder gegen uns kämpfen, Das wäre krass, Wir verraten dir gar nichts, Ja, Wir reden gerade über Lily, Also ihr Kosmok, Bzw. Eigentlich nur über Kosmok, Und, Ähm, Er will nicht kämpfen, Schade, Ich hätte gerne gegen ihn kämpft, Sobald ich auch gerne mal ein Hütchen mit Tali zu rupfen habe, Ja, Würde ich gerne mal gegen ihn kämpfen hier, Kann man erst mal kämpfen, Ne? Oh, Doch nicht, Dann, Äh, Lass halt einfach nicht kämpfen, Okay, Ja, Die Route ist eigentlich auch ziemlich unnötig, Nur ein paar Häuser, Das war's, Da geht's hoch, Äh, Da können wir noch nicht her, Da geht's nämlich zum, 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 Zum Toten Pokémon, Ne? Eigentlich zum Toten Pokémon, Zum, Zum Schutzpatron, Und da hinten geht's her, Zur, Pokémon Liga, Glaub ich, Oder? Ja, Genau, Da geht's, Ja, Genau, Da geht's zur Pokémon Liga, Da wollen wir aber noch nicht, Ne? Hm, 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 Ich bin auch mal gespannt, Was uns jetzt erwarten, Bei der nächsten Inselprüfung, Weil, Mimikü war schon ein krasses Bruch, Und ich bin gespannt, Was da, Da ja der Ersatz für Mimikü sein wird, Mal schauen, Leute, Mal schauen, Äh, Bye, Bye, Leute, Haut rein, Tali guckt der skeptisch, Äh, Er kapiert gar nicht, Was die beiden sagen, Aber okay, Äh, Wir machen uns auf zum, Äther Haus, Na, Das war hier oben, Glaub ich irgendwo, War es nicht, War es doch, War das hier rechts nehmen, Ne, Das war da hinten, Doch, Das war oben, Ich würde sagen, Wo war das denn, Was war hier oben, Wirklich, Krass, Wie verplant ich nochmal, So, Rein da, Dort, Geht es nämlich weiter, Von der Story, Ist also hier, Triff glaube ich auch, Lilly auch, Oder, Oder, Ne, Gar nicht, Oh, Das sind nur die zwei Kiddies, Hey, Was geht, Ah, Genau, Oh, Die war Käpt'n, Was, Alter, Die sind bei Team Rocket, Was, Team Rainbow Rocket, Erik, Gladiant, Wie krass, Hm, Gut, Das ready, Feuer, Hat, Ready, Ist ready, Gladiant, 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 Hitzewelle, Next Strike, Ich vergesse, Das hört sich gar nicht gut an, Aber hey, Wir haben es überlebt, Gladiant, Is down, Nice, So, Das hast du gesagt, Na genau, Genau, So, Oh, Warte mal, Wir müssen noch gegen Team Sky kämpfen, Genau, Da war ja was, Nice, Dann haben wir noch ein paar Fights vor, Und bevor wir zur nächsten Inselbriefung müssen, Und wir sind bald da, Wo meine hochwollen Sonne randomizer nasslock zu scheitern verurteilt war, Nämlich beim, Auch Quartier von Team Sky habe ich verloren, Leute sind erfasst aus wie Fran, Aber das ist ja nicht von, Das ist einfach nur ein Pokémon Trainer, Mit zwei Rohnes, Okay, Wasserflug, Da könnten wir eigentlich mit unserem Voltzenso richtig reinhauen, Ja, Linock kann dir auf jeden Fall, Gerne mal, Äh, Seine Kräfte zeigen, So, Die, Was, Okay, Das könnte höllisch wehtun, Wenn wir einen Birm bekommen, Kriegen wir aber nicht, Okay, Gut, Blitzschlag, Gönn ihm, Den Blitzschlag, Nice one, Ha, Wir treffen, Nice, Und deswegen ist sowas mal weg, Ich wollte gerade sein, Das ist das kann nicht überleben, Keinen Blitzschlag, Keinen Blitzschlag, Kann das überlegen, So, 1000 Erfahrungspunkte für alle, Zero günstig, Level 34, Perfekt, Perfekt, Mein Liebenfreunde, So, Der haut auf jeden Fall ab, Der Ball, Sehr crazy der Typ, So, In der nächsten Folge, Werden wir uns dann, Um die Inselprüfung kümmern, Von Lola, Also, Der, 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 Der Sechste sein, Ja, Auf jeden Fall, Sehr interesting, Und, Ja, Seid gespannt, Leute, Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Bis dann, Und, Schau, Heute rein, Euer Solo, Mit Pokémon Ultrasonderrandomizer, Lasst gerne einen Daumen nach oben, Daumen nach, Schreibt gerne in die Kommentare, Was ihr für ein Pokémon sein wollt, Und, Die ist das Ananas, Wenn der da imperfection, Bis zum nächsten Mal.